The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Konstantinos Halkias ist mein Name von CapTrader. Und ich begrüße Sie zu dem heutigen Webinar GINA Trader FAQs. Ja, die finden ja monatlich immer statt mit dem Kollegen, dem Herrn Gilbert Kreuzthaler. Ganz kurz vorab. Können Sie mich hören? Haben Sie Bild? Trauen Sie sich ruhig, keine Angst haben. Genau, super. Ja, vielen Dank. Super. Ja, danke schön für die Rückmeldung, für die positiven. Ganz kurz vorab. Nicht wundern, leider müssen wir heute mit einer fünfminütigen Verzögerung anfangen, da der Herr Kreuzthaler aktuell verhindert ist. Wie gesagt, ich bitte da einfach nur um ein paar Minuten Geduld. Sollte jetzt nicht die Welt sein. Da sollte in wenigen Minuten wieder da sein. Und dann kann das Webinar auch offiziell starten. Ja, also einfach dranbleiben. Und der Herr Kreuzthaler übernimmt dann gleich in so, wie gesagt, geschätzt fünf Minuten. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Unmuted. So, Gilbert, du solltest jetzt... Ich möchte allen Zuschauern ein gutes neues Jahr wünschen, ein erfolgreiches. Im Trading ist das ja das Maß aller Dinge. Und ich möchte dazu gleich einmal beitragen, auch indem wir hier mal über Signale sprechen, beziehungsweise Signalprogrammierung ein bisschen sprechen. Und hier, ja, das eine oder andere Signal versuchen, gemeinsam ins Leben zu rufen. Ich habe heute wieder zwei Dinge vorbereitet, zwei Sachen sind an uns herangetragen worden. Einerseits, einerseits der Umgang mit dem Supertrend, wo ich ein Signal vorbereitet habe. Andererseits werden wir hier einen Naked Stochastic Short-Signal und Long-Signal bauen. Ich blende das gleich mal ein, was wir heute vorhaben. Das erste ist das Supertrend Stochastic Long-Signal. Das heißt, wo wir den Supertrend mit einbeziehen und hier versuchen, den Supertrend ganz einfach mit einzubeziehen in die Signalgebung. Und dann aufgrund eines Stochastic Zustands, wenn er die 20er Linie nach unten durchbricht und danach die erste grüne Kerze ergibt, dass das Einstiegssignal sein sollte. Das heißt, das wird das erste Signal sein, das wir uns zusammen anschauen werden über den Condition Escort. Das zweite ist dann genau das Umgekehrte. Das heißt, dass wir versuchen, hier genau dasselbe in die Short-Richtung auch zu programmieren. Der Condition Escort ist ja so geschnitzt, dass man einerseits nur Long-Signale bekommt, beziehungsweise diese Long-Signale dann auch hier als grüne Signale in den Scannern angezeigt bekommt, beziehungsweise Short-Signale dann als rote Signale angezeigt bekommt. Das zweite Signal, das wir bauen werden, ist das Naked Stochastic Long und Naked Stochastic Short. Das heißt, wir werden nur den Stochastic heranziehen. Wir werden das so aufbauen, dass sich der Stochastic Indikator im 20er Bereich befinden muss. Das heißt, ich schalte mal hier kurz den Stochastic rein, dass wir also mal auch sehen, wo die Signale entstehen werden. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir mal alles ausgeräumt. Nehmen wir den Supertrend Indikator. Und nehmen wir den Stochastic Fast, schauen wir mal, was das so richtig ist. Das heißt, das werden heute die beiden Indikatoren sein, die wir heranziehen, um die Signalgebung zu programmieren. Wie gesagt, das sind wiederum nur Beispiele, die ich hier bringe. Die möchte ich darauf hinweisen, dass die natürlich nicht verifiziert sind, ob die wirklich auch den Erfolg bringen. Das heißt, hier sieht man hauptsächlich in diesem Webinar, wie man mit dem Condition Escort umgeht, wie man sich Signale programmieren kann und wie Sie dann Ihre eigenen Ideen dafür, besser gesagt, damit verwenden und verbessern können. In der Signalgebung. Das heißt, wenn Sie natürlich diese Signale dann später heranziehen und dann versuchen, noch zu verfeinern, backzutesten, wie auch immer, weitere Komponenten hinzuziehen, dann sind die natürlich hier dafür da, auch um verwendet zu werden. Wir werden Sie natürlich auch in unser TraderSeat rumhochladen und dort zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht mitprogrammieren. Sie können das hier in Ruhe sich anschauen. Wir genießen, wie man damit umgeht. Und danach haben Sie diese Signale, die wir programmiert haben, diese Conditions, dann auch zur Verfügung. Über TraderSeat können Sie sich da runterladen und bei Ihnen am Rechner weiterverwenden. Das heißt, nochmal zurückkommend, das erste Signal ist genau hier, wenn das Long Signal, wenn wir hier einen Long Trend im Super Trend aufbauen. Das heißt, hier eine grüne Linie, man sieht, die sich hier dem Markt hinterher schleicht. Das Signal soll dann kommen, wenn der Stochastikindikator, das heißt, die rote Linie, sich unter der 20er Linie befindet. Das heißt, in diesem Bereich hier. Und danach gehen wir auf die erste grüne Kerze. Das heißt, diese Kerze hier, in dem Fall soll unser Einstiegssignal sein. Das heißt, ich mache es hier mal über das Freehand Drawing. Das hier, genau diese Kerze hier drinnen, das wird unser Einstiegssignal werden. Die grüne Kerze hier, beziehungsweise hier, in dem Fall wird es diese Kerze werden. Und, nein, hier nicht, weil wir sind da runter. Moment mal, wo haben wir so ein Signal noch über? Das ist hier nicht so einfach zu finden, müssen wir wahrscheinlich in einen anderen Wert gehen. Das hier, die werden wir nicht erwischen, weil wir hier noch im roten Bereich sind. Schauen wir mal, welche Signale es hier geben könnte noch, die wir hier gut erwischen können in die Long-Richtung. Wir werden es natürlich dann auch in die Short-Richtung wagen. Das wird auch eine Kerze werden hier, die wir erwischen werden über dieses Signal. Wir kommen nie unter die 20er rein. Wir sind mal zu weit runter. Schauen wir noch mal. Das werden wir auch nicht erreichen. Hier sind wir auch im... Ich suche mir gerade die Bereiche heraus. Wird auch schwer werden, hier etwas zu finden. Wir können sie dann später noch mit über 20 versuchen. Aber wie gesagt, das Regelwerk für dieses Signal besagt, dass die Kerzen... dass wir einen Long-Trend brauchen und danach die Stochastik in den 20er-Bereich, unter den 20er-Bereich gehen muss. Es wird schwierig sein, Long-Signale zu finden. Ich glaube, es wird eher leichter sein, Short-Signale zu suchen. Das heißt, das hier wäre zum Beispiel ein gutes Short-Signal, wo wir auch über den Stochastik über der 80er-Linie sind und danach eine rote Kerze bekommen. Das heißt, hier, diese Kerze, die werden wir damit auch erreichen. Schauen wir uns das ganz einfach überraschen. versuchen, das Ganze mal umzusetzen und hier ein schönes Signalsystem zu bauen. Wie gesagt, hier haben wir ein Long-Signal und die Short-Signale werden wir auch finden. Das hier, hier wird ein Short-Signal kommen. Ja, das sind wir Shorts, das sind wir einige mehr. Gut, fangen wir an. Wir nennen das Signal, wie wir es hier aufgeschrieben haben, Supertrend, Stochastik, Long. Dazu öffnen wir mal, wir sind hier sowieso im Replay, das heißt, da sind wir schon richtig im Replay-Modus. Da können wir dann auch später dann einmal auch ein zweites Unterfangen aus versuchen. Wir sind auch angeschrieben worden, wie man im Condition Escort Targets programmiert. Dazu muss ich gleich sagen, Targets können wir nicht programmieren, wir können Exits bestimmen und hier können wir dann suchen, wo es möglich ist, einen Exit auch zu, wie man ihn programmiert beziehungsweise wie man den dann auch einsetzt. Gut, aber fangen wir mal an mit dem Supertrend Stochastik Long. Wir eröffnen den Condition Escort, entweder hier über dieses Icon oder hier im Strategy Handling. Das nochmal kurz erklärt für die Zuschauer, die hier neu sind in dieser Webinar-Serie. Über den Condition Escort kann man aus den verschiedenen Serien, Open, High, Low, Close, aus den verschiedenen Indikatoren, die wir im System haben, aus den Premium-Indikatoren, aus Scripted Indikatoren, wir haben hier auch einiges drinnen, hier zum Beispiel haben wir das letzte Mal mit dem Awesome Oscillator haben wir gearbeitet. Diverse bestehende Conditions, die wir auch hier schon zur Auswahl haben, die wir schon mitliefern und möglicherweise Scripted Conditions, kann man sich hier sehr gut Signale bauen. Das heißt, um sich ein Long-Signal zu bauen, geben wir hier mal einen Namen ein. Supertrend Stochastik Long. Wir definieren auch Long und hier sieht man sofort, dass hier auch die Farbe auch gleich grün geschaltet wird. Das heißt, das ist dann auch die Scanner-Farbe, beziehungsweise hier kann man dann einstellen, ob ich dann einen Pfeil bekommen möchte, wie groß der Pfeil sein soll. Wir befinden uns jetzt ja schon in der Version 2.7 hier. Hier kann man grundsätzlich mal einstellen, wie groß der Pfeil sein sollte. Das sehen wir dann auch noch später. Ich kann mich hier einstellen, ob auch die Farbe des Bars, der Kerze, auch eingefärbt werden soll. Wir können hier gleich mal grün einstellen. Und man kann sich auch einstellen, ob man hier einen Text ausgeben möchte, beziehungsweise welche Farbe im Scanner dieses Signal ausgeben soll. Das heißt, man kann hier auch im Scanner dann sich unterschiedliche Farbgebungen ansetzen. Außerdem, und zwar das ist neu, außerdem kann man hier jetzt auch einstellen, welche Relevanz oder besser gesagt, welche Ebene das Signal im Scanner einnehmen soll. Es kann ja sein, dass mehrere Signale zugleich kommen. Das ist zum Beispiel in dem Fall hier. Hier habe ich mehrere Signale zugleich. Das nehmen wir CT und den Reversal-Bar. Ich möchte aber einen bestimmten, ich möchte aber zum Beispiel, wenn jetzt hier noch ins Signal kommt, dieses Signal immer ganz vorne sehen, dass ich nicht immer draufklicken muss, sondern ich habe Signale, die für mich wichtiger sind und Signale, die nicht so wichtig sind. Und wenn ich ein Signal habe, wo ich sage, das hat die höhere Relevanz, das möchte ich ganz vorne sehen, dann gehe ich hier rauf auf Top und dann bin ich mir sicher, dass dieses Signal immer ganz vorne angezeigt wird. Das heißt, ich sehe zwar noch, wenn mehrere Signale gleichzeitig auftreten, sehe ich zwar alle Signale hier in der Liste, aber dieses Signal, das mit Top gerankt ist, sehe ich immer ganz vorne. Das heißt, hier habe ich jetzt zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten und kann mir das sehr gut organisieren. Ich sehe gerade die Frage, was bedeutet die Auswahl Häkchen bei Exit? Das kommt, das erkläre ich dann später noch. Und zwar, das ist mehr oder weniger der Ausstieg. Das ist eine Condition, wie man aus einem Trade aussteigt. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Kommt dann am Ende des Webinars. Gut, so, jetzt legen wir uns zuerst einmal den Supertrend in die Auswahlbox, in die Vergleichsbox und oder, das ist jetzt mal ein Remove. Wir gehen hier mal rein und sagen, wenn der Close-Kurs größer als der Supertrend ist. Und zwar, jetzt kommen wir zum Indikator. Ich hätte es zwar machen können, zu sagen, wenn der Supertrend kleiner als der Close-Kurs ist, ich bin aber immer eher für die positive Veranschaulichung. Das heißt, wenn der Kurs, und zwar ist dann auch das, wie man es eigentlich eher erkennt, wenn man sagt, wenn der Schlusskurs über dem Supertrend ist, dann Supertrend, Moment einmal, wo haben wir den jetzt? Wo ist der Supertrend? Hier. So, gut. Wir schauen uns auch immer gleich an, was das Ganze genau bedeutet. Wir sehen hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und hier ist gleich mal der Uptrend, das heißt, der grüne ist hier gleich mal vorausgewählt. Das heißt, hier der Uptrend ist die grüne Linie und der Downtrend ist die rote Linie. Das werden wir dann später programmieren. Das heißt, hier, diese roten Punkte hier, das ist die Downtrend-Linie, das ist jetzt die Uptrend-Linie. So, gehen wir hierher. Gut. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann haben wir unser erstes Kriterium einmal erreicht. Wir sagen hier mal Apply. Und ich schalte auch gleich dann die Condition hier mit rein in den Chart, damit man auch gleich sieht, wie sich das Ganze verändert. Ich wähle hier die Conditions aus und wir sehen hier den Supertrend Long-Stochastig-Long. Würden wir mal nur dieses Kriterium haben, dass wir sagen, dass der Schlusskurs dass der Schlusskurs größer als der Supertrend Uptrend sein muss. Dann sieht man hier, dass wir genau in diesen Bereichen, wo das der Fall ist, überall ein Signal bekommen. Das hilft uns natürlich nicht weiter. Wir wollen ja hier nicht alle diese Kerzensendungen, sondern nur ganz bestimmte. Das heißt, jetzt kommt das zweite Kriterium dazu. Und zwar das zweite Kriterium ist, dass der Stochastig-Indikator berührt wird oder die 20er-Linie durchbrochen hat. Jetzt kann man natürlich... Schauen wir mal, wie wir das machen. Das heißt, wir nehmen jetzt den Indikator. Wir wählen den Stochastig-Indikator aus und schauen mal, was der alles bietet. So. Das Stochastig-Indikator hat hier den Period T, das sind die Input-Parameters, Period K und Smooth. Und wir haben hier die Linien T und K, das heißt Durchschnitt. Und ich weiß gar nicht, was das zweite ist. Und da sind genau hier diese rote Linie. Das ist die K-Linie. Wenn mich nicht alles täuscht, schauen wir es noch zur Sicherheit mal an. Stochastig. Genau, die grüne ist die D und die rote ist die K-Linie. So. Wir wollen, dass wenn die K-Linie unter dem 20er-Level kommt. Das heißt, nehmen wir das wieder, wenn Stochastik, und zwar K-Linie, wir wählen die hier aus, die K-Linie, ähm, kleiner, gleich. Das heißt, sie soll entweder berühren oder kleiner sein, als die, ähm, die 20er-Linie. Und daher, gehen wir, oh, sorry, das hier, Value, Number, und geben hier 20 ein. Ich sage wieder Apply, bestätigen. So. Und. Was ist hier jetzt passiert? Ist das übernommen worden? Und gleich mehr. Reload Scripts. Und jetzt wird das Ganze schon enger. Das heißt, hier sehen wir schon ganz genau, welche dieser, ich mache mal auch das Signal hier, da gebe ich in einer anderen Farbe. Damit man es besser sieht. So. Das heißt, wir haben jetzt hier schon ganz klare Szenarien, wo die Einengung, wo dieses Kriterium, das ich jetzt hier äh, habe, zutrifft auf, auf uns als Kriterium. Aber es ist noch immer nicht, dass die grüne Kerze, die wir eigentlich erreichen würden, weil die ist eine, eine Kerze danach. Das heißt, wir haben hier genau die Kerzen und die sind ja meistens auch dann in die, in die Short-Richtung, weil wir ja zu diesem Zeitpunkt genau diese Kerzen erreichen, die den Markt unter die Stochastiklinie führen. Das heißt, das sind genau die hier, in dem Bereich drinnen. Wir wollen aber die erreichen. Und daher müssen wir Folgendes machen, und zwar wir gehen hier rein und geben ein, und zwar wenn die Kerze einst zurückliegend unter der 20er Marke des Stochastiks liegt. Jetzt wird sich das Ganze um eine Position nach rechts verschieben. jetzt haben wir gesehen, jetzt verschiebt sich das Ganze um eine Position nach rechts. Das heißt, grundsätzlich haben wir jetzt das schon so erreicht, dass wir sagen, wenn immer eine zurückliegende Kerze darunter ist und die jetzige, und jetzt wird es interessant, jetzt wollen wir genau diese Kerze erreichen. Und hier können wir dann sagen, und wenn die jetzige Kerze, und zwar das Close, größer als das Open ist. Und das nochmal auch zu veranschaulichen, und zwar wenn man da so eingibt, das Close der Kerze, das hier ist größer als das Open. Schauen wir uns das nochmal über die Lupe an. Hier kommen wir her, das heißt, das Close der Kerze ist größer als das Open, das heißt, wir haben eine grüne Kerze. Und das war auch die Voraussetzung für dieses Signal, dass wenn wir hier, der Markt befindet sich oberhalb der Supertrendlinie, Long. Das Trocassic-Indikator berührt oder durchbricht die 20er-Linie. Das heißt, das haben wir dadurch geschafft, indem wir hier eingegeben haben, Moment mal, indem wir hier eingegeben haben, dass die Stochastik-K-Linie kleiner gleich 20 ist. Das heißt, gleich könnte auch genau die 20er-Linie sein oder darunter liegt. Und das nächste Kriterium, die Close-Kerze ist größer als die Open-Kerze. Hier nochmal, der Close-Kurs ist größer als der Open-Kurs, das heißt, wir haben eine grüne Kerze. Und damit ist eigentlich jetzt das Signal erreicht. Was wichtig ist, in dem Fall ist, um darauf nochmal hinzuweisen, ist genau diese Einstellung auch. Und zwar, wir wollen ja nicht, dass aktuell könnte es ja sein, dass der Kurs noch ganz kurz darunter getaucht ist, wie zum Beispiel in dem Fall, schauen wir uns was ein, an. Er war zwar darunter, aber die gleiche Kerze würde das Signal geben bereits. Das heißt, hier wollen wir, und wenn man diese Kerze hier nimmt, dann wäre das keine grüne Kerze und wir hätten hier kein Signal bekommen. Hier haben wir aber ein Signal bekommen. In dem Fall auch. Das heißt, wir wollen wissen, ob die Vorkerze darunter eingetaucht war, dann ist das natürlich, weil die grüne Kerze zieht ja bereits den Stochastik wieder aus dem Tief heraus und führt ihn ja wieder darüber. Wir wollen aber wissen, ob die Stochastik davor eingetaucht war. Und aus diesem Grund geben wir hier Pass Ago 1 ein, das heißt, es ist eine Kerze zurückliegend. Und damit schaffen wir das genau, dass wir hier diese Kerze herausfinden, dass die im Stochastik darunter gelegen ist. Die nächste Kerze ist eine grüne Kerze, das heißt, es ist ein Long-Signal. So, jetzt schauen wir, ob das auch stimmt. Wir haben jetzt ganz genau diese Signale herausgefiltert. Das heißt, genau diese grüne Kerze zeigt uns jetzt auch das Signal an, das in die Long-Richtung führt. Das heißt, hier haben wir mal das Long-Signal programmiert und jetzt schauen wir mal, wie das hier sich auswirkt in den verschiedenen Charts. wir sehen hier haben wir mal einiges an Long-Signalen. Es können natürlich mehrere dahinter kommen, wenn sich der Stochastik längere Zeit unter der 20er Linie befindet und wir mehrere grüne Kerzen bekommen, dann haben wir genau solche Zustände, dass wir hier ein schönes Signal in die Long-Richtung bekommen. Hauen wir noch mal. Ja, ja, nicht wirklich, wir haben hier eher fallende Märkte, dann machen wir sagen wir mal auf die Short-Seite, machen wir das gleiche Signal in die Short-Seite, Schaut folgendermaßen aus, dass wir wieder den Conditioner Scott öffnen. So, wir benennen es. Super Trend Stochastik Short und vergeben hier ein ein Short-Signal. Es ist wieder ein Einstiegssignal. Die Frage ist vorhin gekommen, was bedeutet hier Exit? Genau das sind die, wenn man dieses auch als Ausstiegskriterium verwenden möchte, dazu kommen wir später dann noch. Wir wollen hier ein Entry, ein Einstiegssignal haben. Man sieht auch, es ist rot, das Signal wird rot angezeigt. Gut, damit verwenden wir wieder, nehmen wir den Indikator, den Super Trend Indikator, ziehen rüber. Wir wollen ja wiederum das auch so einsetzen, wie man es eigentlich auch anspricht. das heißt, der Schlusskurs soll unter der Super Trend Linie liegen und genau das stellen wir jetzt ein. Close Kurs liegt unter der Super Trend aber hier müssen wir vorsichtig sein und zwar wir wollen ja nicht den Up Trend sondern er soll unter der Down Trend Linie liegen. Das heißt, wir stellen hier True ein und damit haben wir das mal so weit programmiert, dass wir jetzt mal alle Kerzen bekommen sollten Candles bekommen sollten die unter der Super Trend Down Linie liegen. Das heißt, unter der roten Linie. Schauen wir uns gleich mal an. Conditions Super Trend ist der Short und da sehen wir schon da geht es rot auf hier bekommen wir an allen diesen stellen wir auch noch die Farbe ein wir wollen hier eine rote Farbe sehen auch darunter dann können wir es auch besser unten auseinander halten das heißt hier sind wir überall wo hier ein 1 angezeigt wird trifft die Bedingung zu wir sehen hier alle diese roten Pfeile jetzt müssen sie natürlich umdrehen in dem wir sagen wenn der Stochastik Indikator die 80er Linie berührt oder durchbricht nach oben das heißt über der 80er Linie sich befindet das ist das nächste Kriterium hier sind wir so ok gut ja jetzt nehmen wir das Stochastik her und das Stochastik ist größer gleich 80 geben hier 80 ein so jetzt wird die Anzahl der Signale schon einiges weniger sein wir laden jetzt neue und hier bekommen schon relativ wenige Signale in die Short Richtung schauen wir uns mal an ob die auch stimmen ja genau hier zum Beispiel hier zum Beispiel hier hat früher noch gedacht wir haben so viele Short Szenarien gehabt hier da sind einige hier drinnen Long sind Shorts wenn wir mal den das uns nur auf die Short Signale konzentrieren können nehmen wir die Long Signale raus so schauen wir noch mal rein das Ganze kann natürlich auch auf einen höheren Zeiteinhalt angeschaut werden da haben wir einiges an Shorts gehabt hier sehr schöne Short Signale hier Short Signal also ganz so ganz blöd kommt man das Signal oft gar nicht vor muss natürlich schon vorsichtig sein hier ok hier bekommen wir das ist interessant das sollte uns eigentlich ein Signal anzeigen nochmal schauen wir uns nochmal an was hier ob wir hier einen Fehler haben ob wir hier einen Fehler haben Close ist kleiner als Super Trend Downtrend das stimmt das trifft hier zu Stochastik Close 7 größer gleich 80 haben wir 80 80 Jahr Und jetzt geht's, weiß ich nicht, ahnen. Das muss ich mir anschauen, da haben wir irgendwo einen ... So, jetzt gehen wir mal weiter, das muss ich mir anschauen, was hier der Fall ist, kommt grundsätzlich sollte es meines Erachtens aber funktionieren, ich weiß schon was los ist, genau, das ist wieder die Falle, K, der ist es hier, den müssen wir nehmen, jetzt passt's. Ja, das sieht man auch immer gut, auch wenn nicht alles wirklich so vorbereitet ist, weil dann sehen sie auch auf was man alles hier achten muss, jetzt schaut's natürlich gleich ganz anders aus, Reload Scripts und jetzt haben wir's genau, ja jetzt sind sie hier, das hier, das hier, jetzt sind sie genau da, wie man sie haben möchte. Das heißt nochmal, der Fehler, den ich gemacht habe, ist hier bei den Stochastics, dass ich übersehen habe, dass ich hier die K-Linie auswählen muss und nicht die D-Linie heranziehen muss. Das heißt, hier ist immer die Auswahl der jeweiligen Datenserie, grün oder rot, D oder K in dem Fall beim Stochastic und jetzt passt das, jetzt nehmen wir die rote Linie zuvor, haben wir die grüne Linie genommen und die ist natürlich hier in dem Bereich nicht drüber, aber die rote Linie liegt drüber. Gut, eins zurückliegen und jetzt natürlich wollen wir wieder erreichen, dass wir hier eine rote Kerze auch, die erste rote Kerze ist unsere Einstiegskerze, das heißt, wo der Markt wieder in die Gegenrichtung zeigt und hier gehen wir wieder ein, Serie, close, kleiner, als das Open, in dem Fall so. Ich werde auf die Fragen dann noch später eingehen, nur dass sie nicht glauben, dass ich sie übersehe, ich schaue mal, dass ich jetzt hier die Signale durchbringe und dann werde ich die Fragen eins nach dem anderen abarbeiten. Gut, ok, das heißt, jetzt Signal fertig, Reload Script, ja, da ändert sich nichts mehr, passt, ok, das heißt, wir haben genau diese Bereiche hier. Eine Frage habe ich bekommen, ob ich nur das erste Signal anzeigen kann, kann man grundsätzlich machen, nicht ganz einfach, aber es geht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in so einem Fall, wie es hier ist, dass man eins, zwei, drei Signale hintereinander bekommt, wenn ich nur das erste sehen möchte, dann können wir dasselbe, dieselbe Condition, da bin ich jetzt selber gespannt, ob das funktioniert, aber schauen wir mal, ob das geht, und zwar kann ich mir jetzt dieses Super Trends, ah, ok, das ist die Short, das kann ich dann nicht auch noch mal einsetzen. Das heißt, dasselbe Signal kann ich nicht einsetzen in einer Condition. Was ich nämlich hier vorschlagen wollte, ist, dass ich dasselbe Signal noch mal hier einsetze und 1 und 1 zurückversetzt, das muss ich mir anschauen, ob das grundsätzlich möglich ist. würde schon Sinn machen, nämlich was ich machen würde, nehmen wir an, dass dies hier das Short-Signal wäre, dann könnte ich natürlich dieses Short-Signal hier einsetzen. Moment, ja, und könnte, das geht nicht, das muss ich mir, das ist jetzt eine Frage, die macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich nur das erste Signal mir anzeigen lassen möchte. Nehmen wir an, das ist hier das Super Trend Stochastic Short, das wir hier programmiert haben. Und da muss ich meine Entwicklung fragen, ob das möglich ist, dass wir hier, wenn ein Signal bereits kompiliert ist, wenn das fertig ist, ob ich das hier noch mal einsetzen kann. Weil dann könnte ich sagen, hier zum Beispiel, wenn Bars Ago 1 bzw. Bars Ago 2 und hier, das ist das Ungleichsignal, Ungleichsignal und hier könnte ich dann zum Beispiel eingeben, Ungleichsignal. Und so könnte ich, wäre das möglich, dass dieses Signal, was man jetzt machen könnte, ich könnte dieses Signal hier kopieren und sagen, das ist ein Super Trend Long Short 1 oder Previous oder wie auch immer und dann könnte ich das hier dementsprechend abfangen. Wenn das Vorhergeende nicht eins ist und das Vorvorhergeende nicht eins ist, dann ist das jetzige, wenn es auftritt, ja das wahre Kriterium. Und zumindest, ich könnte hier abfedern, dass zwei, drei, vier Kerzen davor dieses Signal nicht eingetroffen ist. So könnte ich hier grundsätzlich das hier abfedern. Das heißt, was ich im Moment machen kann, ist, wenn ich weiß, dieses Signal funktioniert, dass ich mir einfach ein zweites, gleiches Signal anlege und dann genau das hier so in dieser Art verwende, dass ich sage, okay, das Super Trend Short Stochastic vorhergehend oder wie immer es heißt, eins und zwei und drei und vier trifft nicht zu, dann weiß ich, dass das jetzige zutrifft und das wäre das erste dann in eine Reihe von mindestens vier aufeinanderfolgenden Kerzen. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man das so abfängt. Okay, nehmen wir das raus hier und okay. So, damit haben wir genau dieses, diese beiden Signale hier mal abgehandelt. Gehen wir jetzt zum nächsten. Und zwar das ist das Naked Stochastic Long. Das heißt, es wird nur der Stochastic Indikator verwendet. Und zwar in dem Fall, wenn wir unter der 20er Linie sind und die rote Linie die grüne nach oben kreuzt. Das heißt, wenn es hier irgendwo passiert, soll es nicht relevant sein. Es soll nur dann passieren, wenn das genau hier zu diesem Zeitpunkt funktioniert. Entweder von oben. In dem Fall. Das heißt, die rote geht durch die grüne. Beziehungsweise hier unten, die rote geht durch die grüne nach oben. Nehmen wir dieses Signal. Signal. Die bringe ich auch hier raus, wenn ich sie loswerden möchte. Einfach die Entfernen-Taste hier draufklicken oder drücken. Das heißt, hier draufklicken auf den jeweiligen Indikator Entfernen-Taste und dann verschwindet sie auch. Dann wird sie auch entfernt. So. Neues. Neuer Anlauf. Nächstes. Signal. Naked Stochastic Long. Naked Stochastic Long. Da kommt keine Kerze. Da kommt nichts ins Spiel. Oder doch. Doch. Es kommt eine Kerze ins Spiel. Nochmal. Wann soll das hier kommen? Der Stochastic Indikator muss im überverkauften Bereich sein. Das heißt, unter der 20er Level Linie. Die beiden Linien müssen sich in diesem 20 Level Bereich kreuzen. Warten Sie auf die Bildung einer bullischen Umkehr Handle-Stick. Das ist Ihr Kaufsignal. Ok. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Da kommen wir wieder in eine neue Facette hinein. Ich habe mir die vorher nicht wirklich durchgedacht, muss ich sagen. Also wie ich es programmiere, macht auch Sinn. Weil hier kommt man ein bisschen ins Spiel rein. Und ein bisschen ins Nachdenken an. Um sich an die Lösung dann wirklich auch anzunähern. Wir nehmen den Stochastic. Der Stochastic. K. Nicht zu vergessen. True. Das heißt dieser hier. muss kleiner gleich der 20er Linie sein. Schlagen hier 20 ein. Gut. So. Nehmen wir gleich mal mit rein hier. Conditions. Naked. Stochastic. Naked. So. Nehmen wir gleich mal die blaue Farbe ein. Oder weg. Machen wir das grün. So. Okay. So. Jetzt haben wir. Okay. Nehmen wir auch. Machen wir gleich eins auch. dass wir uns auch auskennen. Welche Kategorie. Das ist Cap Trader. 15. 15. Erster. 15. Erster. 2. Eben. Da muss ich dann. Egal, größer gleich 20, so, wir haben die jetzt mal, okay, das ist ein kleiner gleich 20, jetzt nehmen wir den nächsten, das nächste Kriterium, wo wir sagen, dass die Kreuzung von unten, also dass die rote Linie, die grüne Linie von unten nach oben kreuzen soll, das heißt, wir nehmen hier den, wiederum den Stochastik, ziehen den herunter und sagen hier, wenn der Stochastik K, den Stochastik D, so, hier ist der Stochastik D, von Cross Above, das heißt, hier nehmen wir, wenn der Stochastik K, den Stochastik D kreuzt, in dem Fall, der D ist der grüne, der K ist der rote, der Durchschnitt, und zwar, schauen wir, wo das jetzt genau zutrifft, das heißt, wir werden hier gleich einige konkrete Kreuzungspunkte dann sehen, als die in der Condition, Reload, so, das heißt, wir sehen genau diese Punkte hier, wir sehen auch den hier, weil, hier auch geschnitten wird, das heißt, der rote geht hier durch den grünen Tuch, obwohl der grüne noch fällt, geht, wir schauen uns das mal hier an, wie das ausschauen würde, in dem Bereich hier, das heißt, wir würden den hier aufgekommen, aber hier zieht er wirklich von unten nach oben durch, das heißt, hier haben wir eingesetzt, Cross Above, das heißt, wenn sich die zwei Linien kreuzen, das sieht man auch, dass man hier auch nicht mehr sieht, eine eckige Klammer dahinter, sondern das ist hier nicht mehr, hier werden immer die Einzelwerte angesprochen, das heißt, einzelne Kerzen, das heißt, die Kerze, eine, zwei, drei, vier Kerzen zurückliegen, die werden hier über, über diesen Nuller, Einser, Zwoer, Dreier und so weiter, den man hier eintragen kann, beziehungsweise über das Bar as a Go, werden hier einzelne Perioden angesprochen, hier beim Cross Above wird immer die komplette Datenserie, das heißt, die ganze Linie wird hier damit verwendet, und wenn sie eine Linie mit der anderen kreuzt, und genau das wird hier über Cross Above, beziehungsweise Cross Below genau gelöst. So, jetzt kann man hier noch Folgendes machen, und zwar das Regelwerk. So, das Regelwerk sagt, warten Sie auf die Bildung einer bullischen Candlestick, und das ist Ihr Kaufsignal. Das wird jetzt ein bisschen spannend, weil das würde jetzt sagen, dass wir auf die erste Umkehrkerze warten müssten. Das wäre zum Beispiel die hier, und die würde wieder Sinn machen, wenn wir dieses Signal hier uns betrachten, dann würde hier die erste Umkehrkerze auf jeden Fall Sinn machen. Jetzt müssen wir die abwarten, ob wir hier eine bekommen. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wir haben hier auch, machen wir das mal zu, und schauen wir, wo wir Umkehrkerzen finden. Wir haben ja schon welche vorbereitet. Vielleicht, um sich das auch noch mal zu veranschaulichen. Wir haben hier ja diese Scripted, diese Conditions sind drinnen, nicht Scripted Conditions, sondern vorbereitete Conditions, und wir haben hier auch Reversal Bars drinnen. Schauen wir mal, ob wir einen dieser Reversal Bars hier einsetzen können. Reversal Long Green Bar. Schauen wir mal, was der kann, ob der uns das hier anzeigen würde. Ja, den können wir nehmen. Diesen Reversal Long Green Bar können wir nehmen. Das sieht man hier. Der wird hier unten genau angezeigt. Das heißt, den werden wir auch einsetzen dafür. Das heißt, Sie sehen, es ist ja auch schon einiges vorbereitet, Imagina, um hier Ihnen auch das Leben schon zu erleichtern in der Programmierung von Conditions. Und diese Umkehrkerze haben wir auch schon drinnen. Die werden wir auch nehmen. Das heißt, wir machen hier wieder den Condition Escort auf. Wir wählen wiederum unsere Naked Stochastic Long Signal aus. Und jetzt können wir... Wenn wir das so einsetzen, werden wir nichts bekommen. Reversal Pass, Reversal Long Green. Wenn der größer Null ist, das heißt, alles über Null oder gleich eins, kann man auch sagen. Ich mache es lieber mit größer Null. Aber jetzt haben wir die Herausforderung, dass es natürlich sein kann, dass wir diesen, das wäre der erste Reversal Bar, aus welchem Grund auch immer. Wir haben aber hier zuvor schon den Schnittpunkt. Das heißt, der nächste Reversal Bar ist eigentlich das Einstiegssignal laut Regelwerk. Und das macht es natürlich spannend jetzt, aber auch das kann man lösen. Und zwar, indem man hier sagt, okay, ich möchte, dass dieses Cross Above, diese Kreuzung, innerhalb der letzten drei Kerzen stattfindet. Dann trifft das zu. Würden wir hier, schauen wir, was hier passiert, Apply, wenn wir das nicht einstellen. Nehmen wir das Unterteil hier raus. So. Reload. Genau. Da bekommen wir jetzt nichts. Weil eben, dass es davon ausgeht, dass dieses Cross Above, beziehungsweise die Kreuzung von unten nach durch die andere Linie um hier drei Kerzen zurückliegt. Und das schaffen wir, indem, indem wir ganz einfach sagen, wenn diese Kreuzung einige Kerzen davor passiert, sagen wir fünf Kerzen davor passiert, dann so. Ah, was ist da jetzt? Oh je, hier haben wir jetzt wirklich ein Problem. Cross Above, wieso nimmt er den nicht? das hat, muss ich mir anschauen. Nehmen wir das mal raus. Move. Nehmen wir das noch mal rein. Hier, vielleicht übernimmt er das nur ganz am Anfang. Indicate ist so richtig. und hier noch mal. Und zwar, das ist hier, wenn die, was haben wir gesagt, die K-Linie die K-Linie, Cross Above, T-Linie. Das haben wir hier, die K-Linie. Das stimmt so, das nimmt er. Ah, jetzt, jetzt, okay, gut, ja, haben wir jetzt drinnen, das muss ich mir gleich aufmerken, es scheint, dass man das, wenn man es nachträglich verändert, dass sie wieder zurückgestellt wird, das werden wir aber, das werde ich melden. Okay, gut, aber jetzt soll es passen, das heißt, wir haben jetzt zurückliegend, die K-Linie, die D-Linie kreuzt, jetzt, so, 5-Entwickel, Cross Above, die K-Linie kreuzt, die D-Linie, Cross Above, 20, noch mal rausnehmen, das Ganze. Noch mal von vorne, hier haben wir die hier, gut, dann gehen wir noch mal rein, Wir nehmen dann die Indikatoren, den Stochastik, wenn der ein Cross Above macht, und zwar die K-Linie, noch mal, True, die D-Linie kreuzt, innerhalb der letzten vier, das stimmt, das stimmt, das stimmt, okay, jetzt haben wir, jetzt stimmt es, ich weiß nicht, aus welchem Grund es vorher nicht funktioniert hat, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall richtig, wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch eingegeben, aber genau jetzt haben wir das damit erreicht, die Kreuzung passiert hier zurückliegend, das heißt, wir haben hier jetzt dieses Cross Above, wo wir sagen, innerhalb der letzten vier Kerzen, muss dieses Cross Above passieren, dann ist das hier glücklich, und genau dieses Signal finden wir hier, das heißt, laut dieser Beschreibung, die wir haben, zu viel auf meinem Schirm, so, haben wir jetzt genau dieses Kriterium auch, das heißt, das warten Sie auf die Bildung einer politischen Umkehrkenntnis, und das ist Ihr Kaufsignal, und das machen wir jetzt noch in die Short Richtung, dasselbe, dann haben Sie das auch, ich lade die Dinge dann hoch, und dann gehe ich noch kurz auf das Exit hier ein, gut, so, wir machen eine neue Condition, das heißt, Naked Stochastic Short, das ist ein Short Signal, das ist ein Einstieg, wir wollen einen Pfeil sehen, wenn es in die Short Richtung geht, eine normale Größe, hier kann man auswählen, die Größe des Pfeils, ja, so, der, Stochastic Short, da muss ich im überkauften Bereich befinden, das heißt, im 80er Level, die beiden Linien müssen sich über dem 80er Level kreuzen, und wir müssen wieder auf die Bildung einer Bayerischen Umkehr, Kendall warten, das ist wieder dasselbe, Indikatoren, Stochastic, jetzt sind wir dann gleich fertig, das geht jetzt schnell, Stochastics, größer, und zwar, die K haben wir gesagt, größer 80, Value, Number, größer 80, aber nicht die D, sondern die K Linie, dann, nochmals Indikator, wenn die, Gart Linie, die, die, die Linie, und zwar hier, Cross Below, das heißt, wir wollen ja, das erreichen, dass wir genau, diesen Zustand hier bekommen, dass die rote Linie, die grüne nach unten kreuzt, aber wieder, nicht vergessen, zurückliegend auf die letzten vier Kerzen, und jetzt warten wir auch wiederum auf die bärische Umkehrformation, das heißt, wir verwenden hier eine bereits programmierte Condition, ich zeige Ihnen dann gleich, wie diese Condition ausschaut, auch, aber, wir, diese Reversal Bar, und wir haben hier, den Reversal Long, nicht Long, wir haben den Reversal Short, Red Bar, genau, das ist, wir wollen eine rote Umkehrkerze, haben, größer 0, so, das passt auch, so, jetzt müsste das gleiche sein, das heißt, das Stochastik ist größer als 80, ist höher im Bereich über der 80er Linie, Stochastik K, kreuzt, cross below, innerhalb der letzten vier Kerzen, die Stochastik D Linie, das heißt, die K ist die rote, die grüne ist die D, genau das wollen wir hier erreichen, diesen Kreuzungspunkt, wenn das innerhalb der letzten vier Kerzen passiert ist, und darauf eine Umkehrkerze folgt, eine rote Umkehrkerze, danach ist das Kriterium wahr, und sollte hier ein Signal anzeigen, das heißt, Naked Stochastik Short, ist unsere Condition, wir wählen die aus, Condition, das hier, Naked Stochastik, hier haben wir so gespeichert, 5, wo ist das Ding jetzt hinverschrungen, weiter haben wir leichte, ah, ok, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Signale finden, hier haben wir eins zum Beispiel, das wäre ein wunderschönes Naked Stochastik Short Signal, hier, wo man sieht, dass der Markt hier auch wirklich runter pfeift, geben wir dem hier noch die schöne rote Farbe, und damit haben wir auch dieses Signal, das sieht man, es funktioniert sehr schön, wir sind genau in diesem Bereich, das innerhalb, wir haben hier eine Umkehrkerze, in dem Bereich, ein bisschen größer machen, eine schöne Umkehrkerze, wir sind hier im Stochastik Bereich, über der 80er Linie, der Indikator schneidet, die K-Linie, die D-Linie, und wir haben im selben Moment, aber auch, das sieht man auch, dass es schön funktioniert, das heißt, es muss nicht die nächste Kerze sein, sondern wir sagen, die Kreuzung muss innerhalb der letzten vier Kerzen passieren, auch wenn sie jetzt gerade passiert, wo das zusammenfällt, auch mit dieser Umkehrkerze, trifft dieses Signal auch schon zu, und wir haben genau hier, die Umkehrformation drinnen, und auch wir bekommen auch wieder das Signal angezeigt, also ja, das ist hier, wahrscheinlich trifft das nicht sehr oft zu, dieses Signal, aber wenn, dann scheint es doch die eine oder andere Relevanz zu haben, ja, ich sage mal, hier hätten wir eins bekommen, bang, hier wäre eins aufgetreten, kommt auch schön in die Short-Richtung, also ja, ich halte eigentlich grundsätzlich nichts von meinem Indikator-Trading, muss ich sagen, aber irgendwie, irgendwie hat das was, ja, die sind, die schauen gar nicht so doof aus, gut, okay, so, jetzt schauen wir mal, was an Fragen da ist, auf den Exit gehe ich dann noch kurz ein, ja, alles als voriges neues Jahr, vielen Dank, häckchen, häckchen, da kommen wir, im Condition Escort wäre es sehr schön, den Text frei zu wählen, da verstehe ich die Frage nicht ganz, im Condition Escort ist es schön, den Text frei zu wählen, welcher Text wäre da gemeint, Herr Richtenstein, wenn Sie das vielleicht noch kurz beantworten könnten, ja, ich kann mich erinnern, auf der WAD haben wir geredet über Traders Yard, ein Webinar, wir haben im Moment relativ viele Webinare am Laufen, es ist hier mit CapTrader gerade eine, es sind dann in nächster Zeit noch zwei Webinare geplant, und zwar, was gibt es Neues in 2.7.0 und 2.0.6, das heißt, die Neuigkeiten der Versionen werden in den nächsten beiden Wochen, glaube ich, nächste Woche nicht, nächste Woche sind wir auf Geschäftsreise, übernächste Woche haben wir das Webinar, was gibt es Neues in 2.0.6 und 2.7.0, die Woche darauf haben wir das Webinar geplant, und zwar Optionen, und dann die darauffolgende Woche, das heißt, in der zweiten Februarwoche ist das Traders Yard Webinar geplant, das kommt auf jeden Fall, ich habe es nicht vergessen, Herr Ediger, wir werden das auf jeden Fall halten, und es ist auch geplant, wir sind auch gerade dabei, und es macht auch Sinn, dass wir noch ein bisschen zuwarten, wir sind auch gerade dabei, in Traders Yard neue Funktionalitäten einzubauen, die haben wir dann alle am Start, die funktionieren dann alle auch gut, bis in zwei Wochen, tut sich da noch einiges, und ich möchte dann, bis in drei Wochen, und ich möchte dann dieses Webinar halten, und dann können wir wirklich mit den neuesten Funktionalitäten loslegen. Ja, es gibt natürlich eine Aufzeichnung, CapTrader zeichnet das auf, wir auf unserer Seite glaube ich auch, das heißt, es wird sicher hochgestellt auf dem YouTube Kanal, wie immer, aber auch bitte nicht vergessen, auf Traders Yard, ich zeige euch hier mal noch kurz, gehen mal kurz rein in unsere, um das auch zu zeigen, wo dann auch diese Signale hochgeladen werden, das heißt, wir haben hier drinnen, das, 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 das Premium Markttechnik, Virtual Office, nein, wo ist es, habe ich das jetzt gar nicht drinnen, muss ich mal schauen, doch, das muss irgendwo drinnen sein, äh, das ist sicher ein, Webinar Recordings, bin ich jetzt blind, nein, bin ich jetzt gar nicht drinnen, aber, äh, Script Community, es gibt hier die Agena Script Community, und hier werden dann immer die Webinare hochgeladen, beziehungsweise Signale, alles was wir hier programmieren, äh, kommt hier rein, und, äh, ja, können Sie dann im Nachhinein anschauen, alles die ganzen Aufzeichnungen, aber auch die, die Conditions, die wir hier programmieren, sind bitte hier auch abrufbar, downloadbar dann im Nachhinein, und zwar in der Agena Script Community, in, in, in Trader Seat, finden Sie alles, was hier, äh, passiert und programmiert wird. Könnte man bei den Serien auch Farben und Winkelgrade für die Conditions einbauen? Da bin ich jetzt überfragt, was die Winkelgrade sind, äh, Farben, die können wir, die soll kein Problem sein, aber die Winkelgrade, da bin ich jetzt überfragt, äh, muss ich nochmal schauen, ob die Farben nicht eh schon drinnen sind, ein kleiner Moment, ich gehe jetzt nochmal hierher, schauen wir das an, wenn man sich eine Condition anschaut, ok, hier ist nichts drinnen, das müssen wir uns noch anschauen, Text Scanner, äh, dass man hier auch die Datenserie, äh, einer bestimmten Farbe gleich hinterlegt, das macht auf jeden Fall Sinn, weil im Moment ist alles immer blau, ich stelle es selber immer um, ich bin mir sogar ziemlich sicher, da gibt es sogar einen offenen Issue, ich packe mir aber zur Sicherheit einen Screenshot, dass ich nicht darauf vergesse. gut, wo sind die Formen hinterlegt, ähm, weiß ich jetzt nicht, der Herr Hohler hat bereits das Webinar verlassen, äh, das ist der Unterschied zwischen normaler Condition und scripted Condition, darauf kommen wir dann noch, äh, wo kommt das Regelwerk, woher kommt das Regelwerk, äh, das ist, diese ganzen Regelwerke, die wir jetzt machen, kommen aus, äh, einer Webseite, und zwar die poste ich auch gleich hinein jetzt, damit sich es auch, damit sie es auch haben, äh, und zwar ist das die Forex, kleinen Moment, Stodges, ich poste das hier gleich hinein, auch die Webseite, hier können sie drauf schauen, äh, ich stehe das jetzt durch, nein, so, hier, sollten es alle bekommen haben, das heißt, das ist hier die Webseite, wo ich im Moment, so, wenn wir, ähm, keine Ideen bekommen, von, ähm, ähm, unseren, ähm, äh, usern, dass wir, dass ich mich hier ganz einfach umschaue, und auch von dieser Webseite einfach diese Signale versuche, zu nachzuprogrammieren, da sind auch die heutigen Signale hergekommen, äh, äh, wie wird das neue Signal im Scanner angezeigt, das ist eine gute Frage, ja, und zwar, äh, wir haben ja heute diese Naked Long Shorts und so weiter programmiert, wenn Sie, äh, unter Strategy Handling, gehen Sie ganz einfach in den ZAP Escort, und zwar, hier gibt es mal, es wird hier die Standard Session, die ist bei den meisten Leuten, äh, auch vorausgewählt, ähm, und das hier sind einige Signale, die wir schon mitliefern, auch vorausgewählt, dass man mal zu, äh, einmal was sieht hier, im Scanner, aber, nochmal, Strategy Handling, äh, und Setup Escort, das hier, da kommen Sie hier rein, und zwar, hier gehen Sie dann auf die Standard Session, und hier haben Sie dann mal drinnen, grundsätzlich alle Signale, die vorausgewählt sind, jetzt nehmen wir mal, die ganzen weg hier, äh, und, wählen die aus, die wir jetzt heute programmiert haben, das heißt, es ist Naked Stochastic Short, Naked Stochastic Long, äh, und die Super Trend Stochastic Long, Super Trend Stochastic Short. Bestätigen wir das, und wenn wir hier jetzt, ein Reload machen, dann bekommen Sie genau diese Märkte angezeigt, wo diese Signale hier zutreffen. Das heißt, nochmal, hier im Setup Escort, unter der Standard Session, Entry Escorts, sehen Sie eine große Anzahl von bereits vorhandenen Signalen, das sind die, die wir mitliefern, und hier drinnen können Sie dann genau Ihre Signale auswählen, und die sehen Sie dann im Scanner, in den verschiedenen Zeiteinheiten, 5 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde. So, wo ist das, wie wird das so eben erstellt, das Signal im Energizer angezeigt, Rot oder Grün, habe ich gerne erklärt, ja, woher kommt das Regelwerk, habe ich auch, kommt aus dieser Webseite, Okay, Michael, du meinst, glaube ich, das hier, diese Serie hier, die hat immer die gleiche Farbe, als die Hauptserie, die unten angezeigt wird. Ja, ja, okay, das ist hier zur Frage, und zwar jetzt kommen wir zu den Exits, die Exits, und zwar, wenn man hier ein Exit programmiert, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man die Anzeigen lassen möchte, ein Exit ist eigentlich eine Condition, und zwar, Sie haben die Möglichkeit, Gehen wir hier rein, und gehen wir als Exit Kriterium, wir haben jetzt ein Einstiegskriterium, und zwar ist das genau das Kriterium, das wir hier vorhin, oder die Condition, die wir programmiert haben, wo sind die jetzt, noch Category, okay, jetzt haben wir es hier drinnen. Wir haben hier ein Long Signal, und wenn aber man jetzt hier als Ausstiegskriterium, wir haben hier zum Beispiel grundsätzlich ein relativ komplexes Signal, wo wir sagen, wenn die Stochastik, wenn der Stochastik hier kleiner 20 und und und, das heißt, das ist hier grundsätzlich das Einstiegssignal. Jetzt könnte man sagen, wenn ich hier irgendwo einsteige, schauen wir nochmal, wo wir Einstiegskriterium finden, ein Long Einstiegskriterium, das hier. So, wir möchten das hier als Einstiegskriterium haben, und wir gehen davon aus, dass der Markt irgendwann über die Stochastiklinie drüber geht. Das heißt, wir könnten sagen, wir hätten gerne das Kriterium hier, sobald die Stochastiklinie das erste Mal von unten nach oben gebrochen wird, das heißt, größer als 80 ist, dann möchten wir gleich aussteigen. Das heißt, das erste Vorkommen dieser Situation hier. Und dann kann ich hier folgendes machen, dass wir hier eine Condition programmieren, und zwar sagen wir, das ist Exit. Exit Stochastik größer 80. Damit man es auch einander kennt. Und hier ist es grundsätzlich nicht unbedingt notwendig, dass man eine Long oder Short eingibt, weil das ist hier ein reines Exit-Kriterium. Das heißt, ich kann zwar ein Einstiegskriterium auch zu einem Exit-Kriterium machen, aber es ist hier nicht so wie ein normales Target, wo man eine Weite berechnen kann, sondern ich kann nur sagen, es trifft zu oder trifft nicht zu. Und wenn ich hier das hier als Exit-Kriterium definiere und sage, mein Exit-Kriterium ist, sobald der Markt, wenn ich in einem Trade drinnen bin, sobald der Markt über die Stochastik 80er Linie geht, ist größer als 80. Gut, dann haben wir hier ein reines Exit-Kriterium definiert. Wenn ich das jetzt einsetzen möchte, als Gut, dann habe ich folgende Möglichkeit, und zwar, dass ich jetzt in den Okay, hätte ich gleich drinnen bleiben können. in den Setup-Escort gehen, hier Standard und dieses Exit-Kriterium, das taucht jetzt nicht in den Targets auf, sondern das taucht hier auf. Das ist hier, ich habe vorhin auch schon herumgespielt, mit einem Exit-RSI größer 80, das wäre hier das Exit-Stochastik größer 80. Was dann passiert ist, wenn Sie hier in dem laufenden Trade drinnen sind, und sobald dieses Kriterium passiert, dass der Markt über die 80er Linie geht, der Schlusskurs, wird automatisch eine Market Order ausgeführt, und der Trade wird geschossen. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, Sie sehen das nicht als Target, sondern Sie haben die Möglichkeit, das als Stop einzusetzen. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Das heißt, Sie haben hier dann die Möglichkeit, wenn man einen Trade eingibt, man wählt hier irgendetwas aus. Ich nehme das jetzt mal aus, das ist ein bisschen verwirrend. So habe ich hier die Möglichkeit, dann einzusetzen, und zwar Exit-RSI, oder was Sie vorhin gehabt haben, größer 80. Und darüber dann, sobald Sie hier in den Markt reinkommen, und dieses Kriterium passiert, dass der Markt hier drüber geht, Sie werden eingestockt, und der Markt geht hier über die Stochastik-80er-Linie drüber. Ab diesem Zeitpunkt wird die Stop Order Market ausgeführt, und Sie sind aus dem Trade draußen. Das heißt, das ist kein Trading Stop, sondern das ist ein Condition Stop, der zutrifft, wenn eine bestimmte Marktsituation zutrifft. Und dann geht der Trade Market raus. Das ist hier derartig zu verstehen. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Super. Nächste Frage. Gibt es den Chart-Einstellungen, lässt sich die Option Chain nicht ausblenden? Nein, also dieses Symbol, das kann man hier ausblenden, wenn man möchte. Wenn man es nicht sehen möchte, habe ich hier das Add Remove. Das heißt, hier nochmal, um das langsam zu machen, wir haben hier ja oben die verschiedenen Icons, und wenn ich dieses nicht, wenn ich eines davon nicht sehen möchte, klicke ich einfach hier drauf. Wo ist das jetzt? Hier muss ich schauen, Option Chain, und damit ist die Option Chain weg. Ansonsten kann ich sie auf und zu machen, und dann ist sie sowieso komplett weg. Ich möchte jetzt schauen, wie es nicht übernommen wird. Hier ist es okay. Interessant. Ah, sehe ich, ja. Spannend. Wieso wird das hier nicht übernommen? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es da. Aha. Spannend. Gut. Ist neu drinnen, ist wahrscheinlich, das muss ich melden, ja. Das ist eine Sache, die haben wir neu eingebaut, das muss ich melden. Vielen Dank für den Hinweis. Dafür sind auch immer wieder solche Webinare gut, um auch wieder mal gute Hinweise zu bekommen. Ja, zur Sache Dukas Copy. Es gibt eine Lösung, wir haben heute die erste Lösung eingebaut. Ich muss dazu sagen, das ist leider unglücklich. Die haben Webseite umgestellt, wir haben Zugriffe gehabt über die Webseite, um die historischen Executions auszulesen. Uns ist das nicht mitgeteilt worden und plötzlich mit der Umstellung der Webseite war der Zugriff, Zugang weg. Das heißt, für uns völlig unvorbereitet und wir müssen jetzt in kurzer Zeit irgendeine Lösung finden und ich glaube, soviel ich weiß, ist heute eine gefunden worden und das sollte heute Morgen, übermorgen eine Version geben, die wieder funktioniert damit. Tut uns leid, aber wir sind immer wieder abhängig von Drittsystemen und da passieren sehr oft Dinge, die uns nicht mitgeteilt werden und je mehr Abhängigkeit man für Drittsysteme hat, desto schwieriger wird es oft, die ganzen zu maintainen. Aber kommt, ist alles im Werden. Kann der Agena Trader, ja, okay, das ist auch eine gute Frage. Einerseits der Unterschied zwischen einer Condition, einer Scripted Condition, die Frage ist auch aufgekommen, wenn ich eine Scripted Condition bauen möchte, das heißt, ich gehe, ich möchte im Setup Escort hier ein Target sehen, wir haben ja gesehen, unser Target ist hier angezeigt worden, das heißt, das ist das Exit Kriterium, das ist eigentlich ein Stopp, der ausgelöst wird, wenn ein bestimmtes, wenn ein bestimmte Condition zutritt. Wenn wir ein Target haben möchten, ein zusätzliches Target, dann geht das folgendermaßen, und zwar die müssen programmiert werden, und da kommt auch die Frage ins Spiel, ob der Agena Trader auch vollautomatisch handeln kann. Ja, kann er, aber man muss sich die Strategie natürlich programmieren. Was wir haben, ist, wir haben den Microsoft Visual Studio, wir haben das Microsoft Visual Studio, mehr oder weniger integriert, beziehungsweise aufrufbar gemacht. Und wenn ich mir jetzt ein Target nach bestimmten Kriterien, die sind ja relativ kompliziert, wenn man sich zum Beispiel diese Targets hier anschaut, nach bestimmten Fixed-Dix-Label und 1, 2, 3 Targets möchte ich anzeigen und so weiter, ist das relativ komplizierte Logik dahinter. Targets sind viel komplizierter als Stops eigentlich zu handeln. Überhaupt, wenn man rauskalieren möchte. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man über Strategy Handling, Scripting, kann ich hier sagen Condition. Ich möchte hier eine neue Condition anlegen. Dann gehe ich hier auf Neue. Hier kann ich bestimmen, dass ich sage, okay, das ist das XY Target. Target. Man vergibt ganz einfach einen Namen und ich wähle mir hier aus, was ich programmieren möchte. Möchte ich einen Einstieg? Möchte ich einen Stop? Möchte ich ein Target? Grundsätzlich kann ich über eine programmierte Condition alles programmieren, alles gleichzeitig. Ich kann eine Stop and Reverse Condition programmieren, wie auch immer, aber in diesem Fall ist es nur ein Target, das wir programmieren müssen. Wir geben hier ein, das ist das Target. Target können hier noch bestimmte Parameter mit eingeben. Parameter 1, Parameter 2, wie auch immer, was immer das ist, kann hier auswählen, welche Parameter übergeben werden sollen. Hier kann man die Output, kann man auch Output-Linien definieren, wenn ich mir die Target-Verläufe im Chart anzeigen lassen möchte und sage hier dann okay. So, und jetzt wird Microsoft Visual Studio aufgemacht. Das ist natürlich eine sehr komfortable Programmierumgebung, das heißt, wer programmieren kann, hat hier den größten Spaß. Man kann hier nämlich darüber auch ganz fein debuggen, das heißt, Fehlersuche und so weiter ist natürlich hier in einer sehr professionellen Umgebung gewährleistet und grundsätzlich habe ich hier die Programmierung drinnen, alles was ich brauche. Man sieht hier, wir haben hier ausgewählt ist Target Attribute True, das heißt, wenn ich das jetzt hier kompiliere, dann wird mir das XY Target dann auch im Setup Escort als Target angezeigt und kann auch dann verwendet werden. Das heißt, hier haben wir jetzt das mal kompiliert, jetzt gehen wir hier in den Setup Escort. Nehmen wir jetzt mal an, dass wir hier auch dann natürlich einen Code dahinter gelegt haben. So, dass man hier natürlich drinnen nach allen Regeln der Kunst hier auch programmiert hat, im OnCalculate Event und hier dann auch programmiert hat, wie sich das Target verändern soll, wie es sich auswirken soll und so weiter und ab diesem Zeitpunkt, wenn das dann kompiliert ist, sieht man dieses XY Target hier, kann es anklicken und kann es dann mehr oder weniger für die verschiedenen Strategien auch als Target verwenden. Da ist natürlich Voraussetzung, dass man programmieren kann, dass man auch weiß, wie dieses Target genau ausschauen soll. Aber grundsätzlich kann man sich die Targets noch einmal den Weg, wie man es macht, hier Strategiehandling, Scripting, Condition, Neue. Das heißt, hier auswählen, dann YZ-Target, Parameter und so weiter, alles definieren, was man braucht. Wie gesagt, wenn man programmieren kann, hier dann auswählen, was es sein soll. Das ist ein Target, geht hier auf OK, damit geht wieder Visual Studio auf oder es geht hier ein zweites, ein zweiter Programmierbereich auf und ich kann hier dann drinnen auch wieder programmieren. man sieht, hier ist ein Target-Attribute hier angezeigt, deswegen erscheint es dann im Setup-ASCard auch als Target. Wenn ich jetzt aber rein nur eine Strategie programmieren möchte, eine vollautomatisierte Strategie, Strategy Handling, Scripting und hier gibt es die Möglichkeiten Indikatorenprogrammierung, Condition-Programmierung, Strategie-Programmierung. Wir haben dann auch einen Alert-Händler, aber hier auch, ich möchte mir eine vollautomatisierte Strategie programmieren, ich gehe hierher auf Neu, gebe den Namen ein, Strategie, XY-Strategie, gebe hier wieder die Parameter ein, wie immer, kann sich natürlich umbenennen, Periode zum Beispiel, Periode und Input-Parameter, keine Ahnung was es ist, Input kann man sich aussuchen, kann hier natürlich auch auswählen, welcher Datentyp das ist, ist es ein String, ist es ein Double, ist es ein Bull und so weiter, das heißt, kann man hier alles vordefinieren, sagen wir mal mal okay und dann lande ich hier wieder in der Programmierumgebung und kann hier wiederum nach den Regeln der Kunst eine Strategie, eine vollautomatisierte Strategie programmieren, das heißt, Imagina-Trader ist alles möglich und sogar noch mehr. Fein, okay, dann, schaue ich, ob es noch Fragen gibt, ansonsten haben wir heute wieder eineinhalb Stunden rüber. Zeigst du nochmals, wie man Workspaces importiert, das verstehe ich jetzt nicht ganz, michael. Eigentlich genügt es, wenn man die, okay, ich nehme mal an, du hast von irgendjemandem einen Workspace bekommen oder hast einen Workspace, den du gerne in Imagina-Trader verwenden möchtest. Kleiner Moment, zeige ich gleich. Zeige ich gleich. Ähm. Einfach einen Workspace, den Imagina-Trader schließen, den Workspace hier rein spielen, in dieses Workspace-Verzeichnis und den Imagina-Trader wieder starten. Und zu diesem Zeitpunkt ist dieser Workspace dann, das ist nicht kompiliert oder das muss nicht importiert werden, sondern die werden dann zur Laufzeit, wenn ein anderer Workspace ausgewählt wird, ganz einfach aus diesem Workspace-File ausgelesen. Das heißt, grundsätzlich hier das Workspace-File mit der Endung Workspace, wenn es natürlich ein richtiger Workspace ist, hier rein speichern und dann kann es ganz normal über Workspace, wie auch immer was hier drinnen ist, entweder über Backups oder über die normalen Workspaces, die wir hier auch in diesem Workspace-Verzeichnis drinnen haben, ganz einfach ausgewählt werden. Dann wird die XML-Information ausgelesen und wird hier dann mehr oder weniger dann angezeigt. Das heißt, hier ist nichts zu importieren, hier ist nichts zu kompilieren oder was auch immer, sondern einfach dieses Workspace-File, das du hast, hier reinspielen in dieses Workspace-Verzeichnis und damit sollte dann mehr oder weniger das beim Neustart danach auslösbar sein. Oder man muss glaube ich gar nicht auf den Neustart warten, sondern ich nehme mal an, sobald ich hier das Workspace-Directorie aufmache bzw. hier draufklick, wird automatisch die Information aus dem Workspace-Directorie hier ausgelesen und hier angezeigt. Also das ist es grundsätzlich. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also noch mal jetzt auf die Frage zurückzukommen, wenn man nicht programmieren will, das heißt, der Exit-Escort unter Stop-Escort zu finden ist. Das bedeutet aber, dass eine Strategie mit Stop-Loss und Target nicht möglich ist. Wir haben natürlich einiges an Stop-Escort das man verwenden kann, vorbereitet. Das heißt, hier in den Stop-Escorts sind natürlich sehr viele Stops drinnen, die auch absolut Sinn machen und hier sind bereits einige Targets drinnen. Und daraus kann man sich natürlich seine Stops und Targets selber zusammenbauen, so wie man es gerne hätte. Wenn man aber jetzt einen speziellen Stop haben möchte oder ein spezielles Target, dann muss das programmiert werden. Das heißt, das können wir natürlich über den Condition-Escort, wie es schon sagt, der Condition-Escort, das sind Bedingungen, die 0 oder 1 zurückgehen und keine Trailing-Stops beziehungsweise keine Trailing-Targets oder wie auch immer können hier programmiert werden. Dafür müsste man ganz einfach ein China-Skript verwenden und dann die Spezial-Targets, die man gerne hätte, dann entweder selbst programmieren oder von ehemann programmieren lassen. Ja, das sagt man jetzt zum Beispiel Stopp, ADR und Target und der Exit-Escort, das sagt man jetzt zu wenig. Dafür bräuchte man wirklich eine genaue Beschreibung, was Sie genau erreichen möchten. Das würde Sinn machen, wenn Sie genau Ihre klare Vorstellung eines Stopps uns zukommen lassen, dann können wir das nächste Mal behandeln. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das jetzt gemeint ist, wie ein ADR Stopp jetzt genau verwendet werden soll in Bezug auf eine Condition, wann hier ein Kriterium zutrifft, dass der ADR hier ein Stopp-Kriterium auslösen soll oder eine Position rausnehmen soll aus dem Markt. Das müsste es, man kann es natürlich schon machen, dass man hier eingeht als Condition, wenn der ADR über 3 ist, keine Ahnung, oder irgendwas in diese Richtung. Sobald der ADR über 3 ist, bitte die Position raus. Dafür müsste man überlegen, was macht hier wirklich Sinn als Stopp, was sind die ganz genauen Kriterien und dann können wir es auf jeden Fall versuchen zu programmieren. Aber das wäre gut. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt hier etwas sagen und es wäre zum Schluss nicht richtig. Ah, okay. Wieder die Frage, wie heißt das Tool, das hier die In- und Output anzeigt. Das ist, ich habe das letzte Mal, ich vergisse es immer wieder, wie das Ding heißt. Das ist der, ach, lassen Sie mich schauen, nett, 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 muss ich irgendwo hier drinnen sein. Steht nirgends drauf, interessant. Wie heißt das Ding? Ich vergisse es immer wieder. Ist irgendein kostenloses Tool. Ist aber recht hilfreich. Genau, der Net Balancinger. Net Balancer ist es. Von Serious Bit. Kostet nichts, ist aber sehr hilfreich und man sieht ganz genau, was rauf und runter geht. Gut, okay, ich hoffe, kann man die Tooltips irgendwo ausschalten. Siehe hier oben, Frage 1, welche Tooltips, erzählen wir mal, bin mir nicht sicher, welche Tooltips Sie meinen. Nehmen wir aber an, die werden nicht ausschaltbar sein. Wüsst ihr nicht, dass wir hier etwas eingebaut haben, wo man Tooltips ausschalten kann. Wenn Sie, na, bin mir nicht sicher. Kann ich Ihnen so nicht beantworten, Herr Zimmermann, weil ich nicht weiß, welche Tooltips Sie jetzt meinen. eigentlich verschwinden die relativ flott. Haben Sie jetzt 2,7? Vielleicht ist hier etwas in den 2,7er passiert, dass die mit 2,7er jetzt verschwinden. Ja, bei mir sind sie relativ flott wieder weg. Okay, mag sein, dass es in der 2,7er behoben ist. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir haben in der 2,7er wieder sehr viele Funktionalitäten drinnen, sehr viele Security-Updates und so weiter. Also da kann es schon sein, dass hier genau das, weil bei mir funktioniert es eigentlich relativ so, wie ich es mir vorstellen würde. Gut, dann, wir sind ja am Start mit der 2,7er, soll ja in den nächsten Tagen irgendwann mal auch auf meiner Release gehen. Wir haben sie ja schon relativ lang in der Beta-Version. Das heißt, ich nehme mal an, irgendwann mal bis Ende Januar ist 2,7er auch draußen. und dann können sie die neuen Funktionalitäten genießen. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu sagen. Wir sind glaube ich durch. Vielen Dank für die vielen Fragen, die wir heute wieder behandeln konnten. Freut mich, wenn ich Ihnen ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, der Ajinar hat eine große Stärke. das ist genau diese Programmierung, wo Sie nicht programmieren können müssen. Sie haben hier die Möglichkeit, das über die Scanner dann hier anzuzeigen. Und so weiter. Das heißt, hier gibt es extrem viel an Hilfe, an gezielter Signalsuche. Und natürlich in der Verbindung, hier haben wir jetzt 320 Instrumente offen. Wir könnten auch 1000 Instrumente aufmachen, Tabensymbole aufmachen, wo wir nach den Signalen suchen können. Das heißt, der Ajinar hilft Ihnen ganz einfach in der Diversifizierung. Sie sind nicht mehr gezwungen, auf ein, zwei, drei oder vier Charts herumzuschießen, sondern können sich wirklich in die breiten Märkte begeben und dort Ihre Signale raussuchen und genau dann handeln, wann Sie wirklich zutreffen. Und genau das macht den Ajinar Trader zu einer sehr hilfreichen Trading-Plattform, wo Sie wirklich sich an Ihre Regeln halten können. Weil das hilft natürlich, wenn Sie hier um ein Signal einen Stopp und Ihre Targets herumbauen. Dann können Sie auf Ihre Signale warten und Sie werden Ihre Signale immer nach dem gleichen Regelwerk einsetzen und nicht einmal diesen und einmal jenen Stopp verwenden, sondern Sie haben einmal definiert, dieser Stopp und dieses Target passt ganz einfach für dieses Signal. Sie müssen nie mehr darüber nachdenken, welches Risiko Sie einsetzen, weil auch das Risiko einstellbar ist und so weiter. Denken Sie einmal darüber nach, wie man den Ajinar Trader genau wieso, dass wir auch die Möglichkeit bieten, so viele Werte hier in Echtzeit scannen zu lassen. Genau das ist der Grund. In Zusammenhang mit Condition Escort, in Zusammenhang mit Setup Escort, in Zusammenhang mit dem ganzen Risiko Money Management und so weiter, mit dem One-Click Trading und 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 alles, was es hier gibt. Hier habe ich gerade keinen Daten-Klick. Mit dem ganzen One-Click Trading und so weiter. Okay, Replay Simulation haben wir hier. Da habe ich nur im Tau die Signale. Haben Sie die Möglichkeit, hier wirklich in die Breite zu gehen und auf Ihr Signal zu warten und nicht irgendwie die Märkte zu interpretieren, sondern die Signale, dass die Signale Ihnen dann den Weg zeigen, wann es Long oder Short gehen kann. Fein. Das wäre es von meiner Seite. Herzlichen Dank an Sie alle und herzlichen Dank an CapTrader für die heutige Möglichkeit, dieses Werte wieder mit Ihnen zu halten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns in einem Monat wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.